Erst hat er 100 Euro gekostet, dann waren wir bei 82, jetzt bekommt ihr ihn endlich für 70 Euro. Die Rede ist vom Amazon Echo der vierten Generation mit integriertem Smart Home Hub. Für wen sich das Ding lohnt und warum dieser Amazon Echo tatsächlich einer der Geheimfavoriten ist, das schauen wir uns in diesem Video einmal zusammen an. Der Amazon Echo der vierten Generation. Neues Design damals, neue Optik, komplett neuer Klang. Das war das vierte Modell. Runde Form, finde ich persönlich immer noch, echt eines der gelungensten Facelifts in der Geschichte der Smart Home Technik. Und hier hat man tatsächlich dann auch dieses Gerät gleich mit komplett neuer und erweiterter Technologie ausgestattet. Das fängt schon an beim Amazon Echo 4, den ihr jetzt hier für 70 Euro bekommt mit dem grundsätzlichen Layout. Das heißt, das Design, wie gesagt, hier einmal diese runde Kugelform. Das ist nicht nur schick anzusehen, sondern auch echt funktional und vor allen Dingen dementsprechend auch echt praktisch. Denn als eine ist natürlich der Klang. Der Klang ist deutlich besser geworden bei diesem Modell. Da gibt es keine Zweifel dran. Der Echo der vierten Generation macht tatsächlich einiges aus im Vergleich zum Vorgänger, was die Soundqualität angeht. Und natürlich die Farben. Das ist auch nicht zu unterschätzen, denn dieses Gerät gibt es tatsächlich in drei unterschiedlichen Farben. Anthrazit, Blau, Grau und Weiß stehen hier zur Auswahl. Und das finde ich persönlich gerade auch richtig schön. Hatten wir leider bei den Vorgänger-Generationen nicht so differenziert. Und durch diese Stoffoptik ist das Ganze auch nochmal viel, viel schöner geworden. Was ich wirklich hier richtig stark finde, ist dann einmal die komplette Steuerung. Die verläuft noch viel flüssiger. Mittlerweile tatsächlich schon fast als Plug-and-Play-Produkt zu bezeichnen. Bestellt ihr den Amazon Echo mit eurem Amazon-Konto. Ist dieses direkt schon vorinstalliert auf dem Gerät und ihr könnt direkt starten, ohne dass ihr noch komplex irgendwas in der Amazon Echo App einrichten müsst. Die Konnektivität wird hier erweitert mit dem integrierten Smart Home Hub. Das ist tatsächlich ein Punkt, den viele teurere Amazon Echo Modelle auch nicht besitzen. Ist hier ein Zigbee Hub integriert. Das heißt, ihr könnt direkt schon starten mit Philips Hue & Co. Und benötigt dann auch keinen weiteren Hub. Das heißt, ihr spart unglaublich viel Geld, wenn wir uns überlegen, dass eine Philips Hue Bridge beispielsweise schon 50 Euro kostet. Die könnt ihr komplett hier mit diesem Gerät ersetzen und könnt direkt einmal durchstarten. 70 Euro für den Amazon Echo mit integriertem Smart Home Hub. Ein Top-Angebot. Wenn ihr es wahrnehmen wollt, seid ihr schnell. Nutzt es aus. Der Link ist einmal für euch natürlich unter diesem Video in der Infobox. Dort gibt es auch nochmal alle technischen Details. Habt ihr Fragen, natürlich gerne alles in die Kommentare schreiben. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wünsche euch bis dahin alles, alles Gute. Passt auf euch auf, bleibt gesund und munter. Macht's gut, meine Lieben. Bis zum nächsten Video. Ciao. Spionium. Spionium.